Ich empfehle einen schnellen Rückzug, um die Lebenserwartung zu erhöhen. Kein Sichtkontakt mehr! Achtung, Feinde! Oh, der rennt mir immer. Hier hinten waren auch noch welche. Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. Wir verlieren, Leute! Let's go! Hey! Die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage des Ziels ist extrem hoch. In der Nähe ist etwas. Ich weiß. Stellung halten! Was? Was? Dann machen alle! ich wollte doch erst mal hier wenn ich mal die kiste gucken hallo woher kommst du nix so jetzt kommen wir mal laden Achtung, der Feind ist zurück. Ziel ist keine Herausforderung. Wo sind die? Da müsste ich schon runter, hä? Das ist noch nicht. Na. Jetzt soll ich noch weiter oben. Das war's. Das war's. Russ? Wie gesagt, umrennt noch ein Hund rum? Wie gesagt, umrennt noch ein Hund rum? wir sind noch nicht fertig 1220 da hinten müssen wir noch in was vor da muss man auch aufräumen vor allem ja auch den chef plündern schoko hat ein Ohr Bitte. Wie ist es? Kontakt! Was? Kontakt. Okay, da steht doch auch so, bloß nichts liegen lassen. Oh. Verstehe ich auch nicht, wie manche Leute einfach so durchrennen können. Und dann... Aber meistens sind das dann die, die sagen, oh, ich hab gar kein Geld. Gut, was gut, dann kommen wir her zu der Tanke da, die letzte. Da ist sie doch. Space Tracker. Hey. Hey. Halt. Die eine da, die kommen auch auf einmal. Die war auch auf einmal da. Oh. Blöd, mal so große Kiste haben wir nicht gesehen, ne? Das war's. Wir haben keine, die sich auf einem Buss auf die Normalität. Das war's. Aber wir haben IDs. da habe ich doch richtig gesehen da habe ich doch nicht gesehen das hätte mich aber ich habe nicht nachgeguckt hätte ich guck mal da hast du das hier sehen was vor jetzt mal sehen wenn immer noch welche rum ich habe schon wieder eine stimme gehört wo bist du denn ist gesehen nichts gesehen nur gehört zeig dich warum jetzt mal über nichts gesagt hätte ich gar nicht weiter gesucht so schiffchen wir machen als nächstes erstmals zum schiff taschenwehr machen wir haben neuen auftrag sollen in nähern eine geräumte sleepgate untersuchen oder ja wenn man sich das muss überraschen soll kann ich mich schon mal hier hin dann muss ich ja auch mal gleich ein bisschen soll ich verkloppen wenn es zu heiß für dich ist können wir das übernehmen doch mal sehr freundlich sehr freundlich hier der dieser passt doch wie fast aufs auge ja du auch verziehlich naja der nette dieser mensch so dann war hier gleich der nächste da ist der nächste da könnte auch ein bisschen was los werden das machen in lager etwas nicht findest der händler allianz beizutreten war eine tolle entscheidung ich bin teil einer gemeinschaft der sie ist da nicht doch ich beraten eine bessere auswahl findest du nirgendwo ich benüge dich doch nicht tschüss dankeschön so jetzt machen wir erstmal die quest weil wie gesagt ich habe immer noch die illusion dass ich mein quest buch mal ein bisschen ein bisschen leerer kriegen kann sleepgate blatt bucht oder was ist das ist das die ach hier war ich schon wie es aussieht ok das ist dann die also nicht was denn nun